So, willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal den MinerGate an. Erste Frage ist natürlich, was ist dieser MinerGate? MinerGate ist einfach ein Programm, das ihr euch runterladen könnt kostenlos. Dort könnt ihr eben alle Dinge wie Bitcoin, Ethereum, XMP und so weiter eben alles minen. Auch mehrere Sachen gleichzeitig, also zum Beispiel jetzt 50% Bitcoin, 50% Ether, das ist alles dort möglich. Und ihr könnt dafür die Grafikkarte benutzen, ihr könnt die CPU dafür benutzen. Manche Sachen gehen eben nur mit der CPU zum Beispiel und dazu kommen wir dann gleich später. Bevor wir jetzt anfangen, das Programm uns anzuschauen, wie wir es einrichten, wie wir uns anmelden und so weiter, erstmal zum Partnerprogramm übersetzt. Und es ist einfach so, dass wenn ihr jetzt so nett wärt und meinen Link benutzt und euch eben dort registriert, wie ich es dann gleich zeigen werde, bekomme ich 75% von dem Profit, was die Seite an euch verdient. Es gibt auf dieser Seite allgemeine Gebühren, das sind glaube ich 0,01% Gebühren, die ihr habt bei jeder Auszahlung, egal von was. Ist ziemlich wenig auf jeden Fall, es gibt Schlimmeres und es ist praktisch nichts für euch. Und ihr könnt mit damit noch ein bisschen was Gutes tun, vor allem weil es halt auch für euch keinen Unterschied macht, ob ihr jetzt mich unterstützt oder nicht, weil ihr im Endeffekt einen Verlust dadurch macht, sondern einfach nur diese Gebühren, die ihr habt, die ihr so oder so habt. Und davon bekomme ich einfach noch ein bisschen was und das wäre echt ziemlich nice, wenn ihr das machen könntet. Würde ich mich echt drüber freuen und ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und der Link befindet sich dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, dann landet ihr, wenn ihr auf den Link klickt, auf dieser Seite hier. Und ja, es ist eigentlich relativ simpel, ihr geht auf Registrieren, eure E-Mail ein, wählt ein Passwort aus, wiederholt es. Einmal den Capetra-Code bestätigen, anmelden, dann kommt eine E-Mail zu euch. Es könnte ein bisschen länger dauern, bei mir hat es so um die 5 Minuten gedauert. Und dann könnt ihr euch einfach anmelden, also ihr geht auf den Link, dann werdet ihr weitergeleitet, euer Konto wird aktiviert, dann könnt ihr euch anmelden und dann seid ihr auch schon auf der Seite. Und dann könnt ihr eben auf Downloads gehen hier oben. Meistens steht es aber auch schon hier groß auf der Seite, dass ihr es runterladen könnt. In unserem Fall wäre es jetzt auf jeden Fall Windows 7 oder später oder neuer, zum Beispiel Windows 10 jetzt in meinem Fall, laden wir das Ganze runter. In meinem Fall 64-Bit, wird für die meisten, denke ich mal, funktionieren auf jeden Fall. Und dann könnt ihr das Programm runterladen, installieren, sollte jeder wissen, wie es geht. Wer es nicht weiß, ist hier, glaube ich, beim falschen Thema. Und wenn ihr es dann startet, habt ihr erstmal hier vom MinerGate dieses Fenster mit E-Mail-Adresse, Start Mining und Extended Mode. Wenn ihr jetzt einfach nur eure E-Mail-Adresse eingibt, habt ihr in dem Programm an sich nicht den Zugriff auf Auszahlungen und so weiter. Theoretisch könnt ihr jetzt einfach einem Freund eure E-Mail geben und das Programm sagen, er soll es runterladen. Dann könnt ihr für euch meinen praktisch, egal was er will. Und ihr würdet praktisch den Gewinn kriegen und er kann nicht auszahlen, sondern nur ihr, weil ihr eben nur das Passwort habt. Und wenn ihr euch dann anmeldet, online, könnt ihr eben alle Statistiken sehen. Dazu kommen wir vielleicht nochmal später, wobei es aber nicht unbedingt so wichtig ist, weil wir sehen auch alles im Programm an sich und sollte für die meisten, denke ich mal, ausreichen. Dafür, wenn es nicht reicht, der kann sich anmelden und einfach aufs Dashboard gehen und dann sieht er da einfach alles. Das ist relativ simpel. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt hier anmelden wollt und auch eure Auszahlungen managen wollt und sehen wollt, geht ihr auf jeden Fall auf den Extended Mode hier. Das ist dann dieses Fenster. Gebt die E-Mail ein, euer Passwort und meldet euch an. Wenn ihr euch angemeldet habt, müsstet das Programm bei euch aufgehen. Bei mir ist es gerade im Hintergrund. Und ihr müsstet am Anfang auf dieser Seite landen. Entweder wurde jetzt schon irgendwas gestartet und ihr seht hier so grüne Schrift, irgendeine Währung, die gerade gemeint wird, wie viel Hash ihr gerade erzielt. Man kann jetzt sagen, ich habe keinen Bock da drauf zu gucken, womit ich am meisten Gewinn mache. Mache ich dir einfach den Smart Miner. Der sorgt einfach dafür, dass er das, was gerade am meisten Geld bringt, was mit eurer Hardware am besten gemeint werden kann, gerade gemeint wird. Die Sache ist, es muss nicht immer so sein, dass es das Beste ist. Ich persönlich bevorzuge einfach andere Währungen, als wir hier gemeint werden. Und wir sehen es ja jetzt hier. Wir sehen jetzt hier alle Währungen. Wenn ihr nicht alle hier seht, müsst ihr auf View gehen, also Sehen, Ansicht. Und dann könnt ihr euch eben alle anzeigen lassen. Also alle Währungen, die es hier gerade gibt. Ihr könnt euch auch noch andere Pools anzeigen lassen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar mehr Währungen. Aber für mich und für euch ist es wahrscheinlich eher nicht interessant. Und was interessant ist, ist eben das hier, der ganze Bereich. Wir sehen hier alle Währungen, zum Beispiel BCN, Bitcoin, Dash, ETC, ETH. Das eine ist ETH Classic, das andere ist Ethereum. Und wir haben hier auch XMR, das ist Monero. Spricht man es, glaube ich, aus. Das ist auch relativ interessant. Würde ich empfehlen, Bitcoin, ION, also A-E-O-N und XMR zu meinen. Weil ich persönlich mache es so, ich meine eben diese Währungen, teile sie dann bei HIT-BTC ein. Und mache es dann eben so, dass ich dann damit, also dort dann nochmal das Geld sozusagen verwehre. Weil man da mit optischen Währungen handeln kann und sie tauschen kann, wie sozusagen auf einer Börse. Und das Praktische ist auch, man kann dort alles einzahlen, kann es handeln, kann am Ende in jeder Währung, die man haben will, auszahlen. Also fast die Idee, die es gibt, also Bitcoin, ETH, was auch immer. Da spielt es keine Rolle, was ihr hier eigentlich gemeint habt. Hier könnte ich auch eine normale Wallet erstellen, ist auch kein Problem. Aber kommen wir erstmal wieder zum Thema zurück. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe jetzt hier Bock, den Bitcoin zum Beispiel zu meinen. Könnt ihr hier auswählen, wie viele Kerne ihr von eurer CPU verwenden wollt. Die meisten werden 2, 4, 6 oder 8 haben oder 12 oder 16. Je nachdem, wie viele Kerne eure Prozessor hat. Ja, und wenn ihr jetzt wirklich sagen wollt, ich will nichts an meinem PC machen. Könnt ihr es auf die höchste Stufe stellen und dann auf Start Mining gehen. Dann werdet ihr hier auch gleich die Hash-Zahl sehen. Ich kann es nicht starten, weil ich weiß nicht, wie mein Aufnahmeprogramm das so verkraftet. Und das gleiche dann auch bei der Grafikkarte. Man muss aber sagen, nicht jede Grafikkarte kann jede Währung meinen. Manche können auch gar keine Währungen meinen, weil es entweder nur Onboard-Grafikkarten sind von Intel. Also Intel hatte irgendwas. Oder uralte. Und was in den meisten Fällen gehen soll, ist XMR. ETC sollte jede moderne Grafikkarte schaffen auf jeden Fall. Für andere Sachen müsst ihr halt mal genauer gucken, was wie geht. Einfach ausprobieren. Auf Maximal stellen und Start Mining drücken. Wer jetzt sagt, ich will gerade meinen PC so ein bisschen benutzen. Ein bisschen Google, ein bisschen YouTube. Könnt ihr vielleicht einfach mal versuchen, die Hälfte auszuwählen. Oder 6, also fast das Maximale. Oder 7. Müsst ihr einfach rumprobieren, so dass ihr eben immer noch eine angenehme PC-Erfahrung habt, wenn ihr ihn benutzt eben. Was ich ganz sinnvoll finde, wenn ihr sagt, ja ich brauche meinen PC demnächst, aber ich muss ihn trotzdem laufen lassen, wegen Updates oder was auch immer. Macht einfach den Miner an. Euer PC läuft so oder so, ihr habt Leistungen, die ihr nicht benutzt und ihr könnt dadurch Geld verdienen. Wer weiß, wie krass diese Währungen hier alle mal explodieren werden vom Wert. Und dann habt ihr sie ja praktisch kostenlos gewonnen. Habt halt die Stromkosten, aber im Prinzip habt ihr ja trotzdem kein reines Geld da reinbezahlt. Und ja, dann der nächste Punkt hier ist Benchmark. Könnt ihr euer System testen, ist jetzt nicht so wichtig. Das Programm sagt euch ja nur, ja euer PC ist so und so schlecht oder so und so gut. Und ist eigentlich eher zu vernachlässigen auf jeden Fall. Aber wen es interessiert, probiert es einfach mal aus. Dann seht ihr die Ergebnisse, wie gut euer PC geeignet ist. Aber selbst wenn da steht, euer PC ist unterm Durchschnitt oder total schlecht, ihr kriegt trotzdem noch auf jeden Fall genug Gewinn daraus. Das nächste dann sind so Auszeichnungen für, ja ihr habt, keine Ahnung, ihr habt es eine Stunde laufen lassen und tausend Shares gemacht oder was auch immer. Shares müssen wir noch kurz erklären. Das ist einfach so, dass ihr Blöcke meint allgemein und dann diese Anteile werden dann eben wieder zurückversendet. Und dann kriegt ihr unter Miner auch immer angezeigt allgemein, wie schwer es ist, den Block zu finden. Es gibt ja immer diesen Schwierigkeitsgrad, wie schwer es ist für die Leute allgemein, neue Blöcke zu finden. Und natürlich umso niedriger, umso besser auch, um da viel Gewinn mitzumachen. Und ihr seht dann auch, wie viel ihr dann gerade generiert habt. Ich habe jetzt hier in ein paar Stunden oder so, in einer Stunde mit mehreren PCs, 13 Bytecoins generiert. Und hier seht ihr eben so grob alles. Also alles, was ihr gerade so gemeint habt. Man sieht ja, was ich so ausprobiert habe. Bytecoin, QCN, unabsichtlich, ich wollte es nicht, also es war für mich einfach nichts dann. FCN und XMR. Persönlich mache ich es gerade so, ich tue mit der CPU alle Kerne Bytecoin mine. Und mit der Grafikkarte noch, je nachdem wie warm es gerade in meinem Zimmer ist, weil es wird echt warm dadurch da drin. Weil die Grafikkarte eben extrem heiß wird, ist natürlich normal. Und ja, das mache ich auf jeden Fall dann. Also die Grafikkarte, wenn ich dann mal Lust habe mit XMR, lohnt sich soweit am meisten, weil viele Währungen unterstützen es einfach nicht. Und ja, wir kommen jetzt zum wichtigsten Punkt, der Auszahlung. Wir sehen jetzt hier alle Währungen, die wir haben. Wir sehen unseren Kontostand praktisch, den wir jetzt sofort auszahlen können. Das dauert ein bisschen, bis ihr alles auszahlen könnt, weil es erst so, wie soll man sagen, so ausgeglichen werden muss. Oder also bis es übertragen wurde, dass ihr es auszahlen könnt. Ist ein bisschen kompliziert, aber die sind einfach noch nicht bestätigt. Aber die kommen auf jeden Fall auch noch dann dazu. Wir sehen auch immer, wie viel das Minimum ist. In dem Fall könnten wir jetzt nicht nochmal Bytecoin auszahlen, weil wir einfach gerade zu wenig davon haben. Wir sehen die Gebühr 0,01%. Ist bei jedem Coin so. Und wir sehen auch immer, allgemein, hier brauchen wir 0,01. Hier brauchen wir 0,001. Und XMR zum Beispiel, da sieht man es jetzt nicht, schade. Aber hier bei AEON, ich weiß nicht, wie es ausgeschrieben überhaupt heißt. Da sehen wir schon, dass genau das, was hier oben steht, was wir haben, auch hier unten steht. Warum? Weil eben diese Spalte von der Anzahl immer nur anzeigt, was man mindestens haben muss. Und das, was man hat, wird dann einfach mit angezeigt, weil es natürlich die gesamte Anzahl, die man hat. Da könnt ihr unten einfach eure Adresse angeben, wo das Ganze hingehen soll. In meinem Fall geht es jetzt bei, zum Beispiel Bytecoin, geht es direkt an HitBTC. Das ist diese Seite hier. Ich schiebe sie gerade mal rüber. Hier sehen wir eben auch, dass die Auszahlung angekommen ist. Das waren 130.000, die ich überwiesen habe. Also, 130.000, nein. 130 Bytecoins sind angekommen. Ging natürlich relativ schnell. Wie gesagt, von Bytecoin kann ich euch empfehlen, um dann das Geld da rein zu investieren und noch mehr Geld daraus zu machen, wenn es gut läuft. Aber, wie gesagt, bitte benutzt meinen Link. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil hier kriege ich auch nochmal eine schöne, wie soll man sagen, einen schönen Bonus, so eine Art Partnerprogramm wieder. Ich würde mich extrem darüber freuen, weil es lohnt sich wirklich extrem für mich, muss man sagen, wenn es viele Leute machen. Ich wäre echt dankbar für, weil es ist auch schon irgendwo ein Aufwand, die Videos zu machen und danke dafür auf jeden Fall. Dann soll es eigentlich alles gewesen sein. Ihr wisst jetzt, wie ihr das Ganze installiert, wie ihr es benutzt, wie ihr euch anmeldet, wie ihr auszahlen könnt. Eine Auszahlung an sich kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich gerade nichts auszahlen habe, außer diese Währung hier. Aber die will ich jetzt noch nicht auszahlen, da will ich noch bis zu 1 sammeln. Und, ja, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich meine, wer jetzt ein bisschen skeptisch ist, so, ja, lohnt sich das überhaupt? Es gibt auf der Seite auch einen Rechner, in den ihr alles eingeben könnt. Oben müsste stehen Mining Calculator oder Calculator allgemein. Auf Deutsch Kalkulierer oder Rechner. Und da könnt ihr eben alles ausrechnen. Es wird sich zwar jetzt noch nicht wirklich lohnen. Ihr werdet vielleicht nicht mal die Stromkosten bezahlen können, wahrscheinlich. Teilweise schon. Aber ihr müsst überlegen, wenn dieser Coin wie Bitcoin oder irgendeine andere Währung von einem Cent auf ein Euro steigt vom Wert. Und ihr habt davon jetzt, was weiß ich, tausend gemeint. Die waren vorher nur insgesamt ein paar Euro wert. Auf einmal sind diese Coins einfach tausende Euro wert. Weil sie einfach pro Coin ein Euro sind, statt ein Cent. Und das finde ich echt so ein spannendes Thema und vor allem ein krasses Thema, wie krass das laufen kann. Und, ja, ich kann es euch nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Würde mich freuen, wenn ihr es macht und es vielleicht euch was bringt. Und ihr, wenn ihr bei HitBTC total einen Gewinn macht, würde mich echt für euch freuen. Ich habe jetzt selber bei HitBTC auch ein bisschen Gewinn gemacht. So, naja, 25 bis 30 Prozent nach ein paar Tagen, obwohl ich noch überhaupt keine Ahnung davon habe. Dazu wird demnächst oder in den nächsten Wochen auch noch ein Video kommen, je nachdem, wie ich Zeit habe. Weil ich finde die Seite echt gut. Es ist echt einfach gehalten, wenn man es versteht, wie es so allgemein aufgebaut ist. Und dann kann ich auch ein paar Tipps geben vielleicht und ein paar Empfehlungen und immer mal wieder irgendwie posten. So, ja, das lohnt sich gerade total zu kaufen. Das wird wahrscheinlich voll explodieren. Und wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr dann auch euch dieses Video wieder anschaut. Deswegen abonniert den Kanal gerne. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das allgemein tut. Weil es werden auch mehr solcher Videos kommen. Vor allem auch wieder zu Bitcoin-Fancets, zu Cloud-Mining allgemein wieder ein bisschen. Ich meine, das war jetzt auch wieder Thema Mining. Und würde mich extrem freuen, wenn ihr mich abonniert. Den Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Klar, es war jetzt nicht so strukturiert. Es war einfach mal spontan aufgenommen. Ich hoffe, das war soweit okay. Und viel Spaß beim Mining. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.